Was ist das, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um das kostenlose Emote nur für Fortnite Crew-Mitglieder, denn bis zum 15. Februar steht hier als Dankeschön für eure Geduld möchten wir allen vorherigen und aktuellen Fortnite Crew-Mitgliedern das exklusive neue Out-Emote namens Geheimer Handschlag zukommen lassen. Vorherige, aktuelle und neue Mitglieder der Fortnite Crew erhalten das Emote, wenn sie sich bis zum 15. Februar einloggen. Also das heißt, neue Mitglieder bekommen, also alle Mitglieder von der Fortnite Crew, das heißt, egal ob Leute, die gekündigt haben, also beziehungsweise mal Fortnite Crew-Mitglieder waren, sind und sein werden, bekommen das exklusive Fortnite Crew-Emote. Ich kann das gleich nochmal abspielen, wenn ich das machen würde. Hallo? Also irgendwie kann ich das E-Broad jetzt nicht wiederholen, aber das zeige ich euch gleich nochmal im Spind. Nichtsdestotrotz, ja, alle Leute, die Crew-Mitglieder waren, sind und sein werden, bekommen das kostenlose Emote bis zum 15. Februar. Also ihr habt noch genug Zeit, dieses Emote zu bekommen. Und das ist wirklich nur komplett exklusiv für Fortnite Crew-Mitglieder. Ich denke mal nicht, dass das Emote in den Shop kommen wird. Das war ja auch ein Emote, was vor langer Zeit geleakt wurde und jetzt erst ins Spiel kam und nur Fortnite Crew-Mitglieder bekommen können. Und auf Englisch passt der Name auch dafür und zwar Members Only. Aber wir fordern das erstmal ein und gehen mal zum Spind, um euch das zu zeigen. So, zack, auf die 30 Tage. So, genau hier. Geheime Anschlag. Erstmal ist das ein Synchron-Emote, also könnt ihr mit einem anderen Gegner oder mit eurem Team-Mitglied ausführen. Und dann kommt da so ein Herz raus und auch eine nice Animation mittendrin. Auf jeden Fall ein cooles Emote und kostenlos natürlich für Fortnite Crew-Mitglieder. Und vor allem feiere ich es, dass es exklusiv ist. Ich hoffe mal, dass es nicht in den Item-Shop kommen wird, aber ihr könnt damit rechnen, dass es so ist. Nichtsdestotrotz war es das. Also alle Vergangenheits- und aktuellen Fortnite-Mitglieder, aber auch noch Zukunfts-Fortnite-Crew-Mitglieder werden dieses Emote bis zum 15. Februar bekommen, wenn sie sich einloggen. Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis das Emote in eurem Spind ist. Aber abgesehen vom kostenlosen Fortnite-Crew-Emote, kommen wir mal zum heutigen Item-Shop. Und zwar habt ihr es vielleicht mitbekommen, der Chaos-Agent ist wieder da, oder Agent des Chaos auf Deutsch. Wenn wir zum Item-Shop hinspringen, haben wir natürlich erstmal noch das TheGraft-Bundle. Aber dazu kommen wir gleich nochmal, wenn der Item-Shop mal laden würde. So, wir haben hier wie gesagt einmal Agent des Chaos mit einem weiteren Seal dazu. Und mit dem Backblink-Modderkammer. Dann hat er die Chaos-Sense mit dabei. Schwarzer Schleim, die passende Lackierung. Beef Boss mit dem Backblink-Cross frittiert. Brätlingsklatsche heißt das. Dann haben wir auch noch die Untertaste, der passende Hängegleiter. Und dann haben wir noch den zweiten Teil von dem vorgestellten Item-Shop. Panda-Beauftragter mit dem Backblink-Bambus. Wukam mit dem Backblink-Royale-Flaggen. Jingu Bang ist auch wieder da. Finsterherz mit dem Backblink-Herzlose-Schwingen. Verhexler ist auch wieder da. Und das war's. Arktika, ein seltener Skinner, ist auch nach ein paar hundert Tagen wieder im Item-Shop. Mit dem Backblink-Kraxel-Innovation. Danach haben wir Kastor in mehreren unterschiedlichen Varianten. Und somit hier auch mit seiner letzten Variante. Auch das Backblink-Zauberbindel hat die passenden Stile dazu. Danach haben wir hier Bosskampf, erstellt von Name Music. Ist auch dieses Musikpaket von den ganzen Bossen von Kapitel 2, Season 2. Danach haben wir Smeez, ein Copyright-Song. Rasender Ansturm. Warum höre ich das Musikpaket immer noch, Digga? Hallo? Hä? Lul? Ich habe das Musikpaket. Ich meine, ich höre das. Okay, wir haben ja noch Rasender Ansturm und langsames Klatschen. Danach haben wir das TheGraph von... Was ist mit dem Musikpaket, man? Ja, immer noch TheGraph hier, eine Kugel der Macht, Controller-Crew, Controller-Stab und das war's. Dann haben wir doch immer noch das Schlörflegenden-Paket. Ist ja auch vor einigen Tagen wieder im Item-Shop aufgetaucht. Aber es gibt tatsächlich in den Dateien noch ein Skin, was ich im letzten Video vergessen habe anzusprechen. Ähm, denn, äh, wenn man jetzt den, ähm, ein Skin, der sehr lange in den Detail war, hat ihm jetzt mit dem letzten großen Update einen neuen Stil dazubekommen. Ähm, und wurde auch umbenannt, äh, beziehungsweise hat einen neuen Namen dazubekommen. Und ich bende euch diesen Skin, diesen neuen Style mal ein. Ähm, ist ein besonderer, äh, nicht so ein besonderer Skin. 800 Vibas, äh, kommt auch in den nächsten Tagen in den Item-Shop. Ähm, genauso wie das Backblink, also das Backblink von dem Predator natürlich nicht. Aber das Backblink von dem Predator wurde ebenfalls geleakt. Wir haben ja hier in den, äh, bei den mysteriösen Belohnungen von dem aktuellen Battle Pass, äh, ein geheimes Rücken-Assessor. Und noch weitere mysteriösen Belohnungen von dem Predator-Set. Ähm, aber das Backblink wurde bereits geleakt. In den Dateien wurde das entschlüsselt von einigen Leakern. Das blende ich euch ebenfalls ein. Ansonsten wollte ich nochmal hier ein kurzes Video machen und euch informieren, dass vor allem jetzt auch das Travis-Scott-Bundle mit Astrojack und die ganzen, äh, Ausrüstungssachen jetzt wieder, äh, zurückkommen werden. Ähm, einige gehen davon aus, dass das Travis-Scott-Bundle am 10. Februar in den Item-Shop kommt. Aufgrund halt davon, dass an diesem Tag der Travis-Scott, äh, Day ist, beziehungsweise der, äh, Travis-Scott-Tag oder allgemein der Astronomic-Day oder so. Keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, also es könnte sehr wahrscheinlich sein, dass es am 10. Februar kommt oder allgemein in den nächsten 1-4 Wochen. Müssen wir noch abwarten. Aber sicher ist, dass Travis-Scott wiederkommen wird, äh, Travis-Scott wiederkommen wird. Denn, äh, in seinen Item-Shop Hintergrund oder allgemein R wurde für den aktuellen, beziehungsweise für den neuen Item-Shop nochmal angepasst und in den Dateien aktualisiert. Äh, danke fürs Zuschauen. Abonniert nicht vergessen, um die nächsten Videos nicht mehr zu verpassen. Ähm, im Laufe von dieser Woche sollte auch noch ein kleines Content-Update kommen, denn der Patch 15.2i, äh, 1 ist auf den Staging-Servern. Und ja, wir können das erwarten, entweder morgen oder am Mittwoch, denke ich mal, äh, können wir das Update, äh, wird das Update veröffentlicht. Haut rein und bis morgen beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.